so liebe freunde kleine informationen für euch und zwar werden wir heute nacht durchgehend ein stream machen und zwar wird der liebe heiko bei uns auf dem kanal stream ich werde den ganzen scheißdreck auch noch aufnehmen das heißt ihr habt dann auch noch was zum gucken falls ihr den stream verpasst schaltet einfach ein link ist unten in der beschreibung wir sehen uns dann und ja bis dahin tschüss